Nachtisch ohne Zucker Top 8 zuckerfreie Desserts, die auch für die ketogene Ernährung geeignet sind. Du hast einen besonderen Tag zu feiern, Gäste eingeladen oder willst dich einfach mit einem leckeren Dessert verwöhnen, ohne eine Zuckerbombe zu dir zu nehmen? Dann schau dir dieses Video an. Wir haben für dich 8 Desserts zusammengestellt, die du schnell und einfach zubereiten kannst und die vor allem himmlisch gut schmecken. Du kannst diese Desserts auch bei einer Low Carb oder ketogenen Ernährung ohne schlechtes Gewissen genießen. Alle Desserts haben unter 5 Kohlenhydrate pro Portion. Die Rezeptlinks mit den genauen Nährwertangaben findest du unter diesem Video. Und jetzt geht's los mit unseren 8 zuckerfreien Verwöhn-Desserts. Top 1 Schoko-Käsekuchen-Häppchen Top 2 Zitronencreme Top 3 Mousse au Chocolat Top 4 Himbeer-Sorbet Top 5 Sahniges Vanille-Eis Top 6 Erdnussbutter-Choco-Parfait Top 7 Limetten-Kokostörtchen Top 8 Beerencreme mit Mandelsplitter Probier doch einige Rezepte aus und schreib uns in den Kommentaren, ob dir unsere zuckerfreien Nachtisch-Ideen gefallen haben. Abonnier unseren Kanal, wenn du mehr Ideen für deinen Ernährungsplan bekommen möchtest. Top 5 Sahniges Vanille-Eis